Oh, Doppeltresor, krass. Ja komm, probieren wir unser Glück. Oh, Vorsicht vor Fallschaden. Nein, nein, nein. Oh, der nächste ist da hinten. Okay, ich vergeig's hier gerade komplett. Mann, ich hab aus Versehen den Port gedrückt, anstatt die Platte rein zu... Was ist denn hier, wieso rutscht ich denn... Wieso komm ich denn hier nicht hoch, was ist denn los? Ja. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir keinen Ping, jetzt wissen wir nicht, hockt der hier in den Büschen vor der Höhle? Wahrscheinlich nicht, sondern ist wahrscheinlich schon reingegangen. Aber ich weiß es halt nicht. Okay, er ist in der Höhle und der Tresor wird geknackt. Und jetzt macht er die Schalter, ich flipp aus. Ist mir egal. Ich bin hier einfach reingerushed, war mir alles ganz egal. Ciao. Oho, ich bin hier richtig reingerannt einfach. Hammer. Bro, es tut mir leid. Du musst jetzt leider auf alles verzichten, was ich mir jetzt hier hole. Perfekt. Oh man, ich bin so schlecht. Okay. Okay, hier ist aber noch jemand. Ich habe ein bisschen Sorge. Hey, hey. Hey, was machst du da? Das war völlig lust. Yo, ich spawne wirklich auf der Insel. Wie krass ist das denn? Spawnt hier noch jemand mit mir? Ich kann es gerade nicht sehen. Jo. Man, man, man. Heftig. Ich glaube, ich habe jemanden gehört. Ja. Wow. Ey, durchs Fenster. Gar nicht erst gesehen, dass er da ist. Aber da hätte er mich fast gehabt. What, 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 what? War da. Ich habe ihn gar nicht so richtig erkannt durch die, durch die Blume. Aber gekillt durch die Blume. Oho. Er ist nicht mehr da. Aber wo ist er denn dann? wieder hochgerannt zum Detektor? Ach, wirklich jetzt? Nein, er ist hier. Er versteckt sich hier. Kann ich schießen. Ich konnte nicht schießen. Was ist das denn für eine... Gottverdammte. Ich hasse dieses Gewehr. Das ist echt. Es ist schmutzig. Ich tausche es direkt aus. Wegen die Agebar. Oh, jemand boostet. Jawoll. Oh yeah. Geil. Yo. Boost ist auf 300%. Wir starten hier nach mir vom Tresor. Wo ist denn der Eingang nochmal für diese Höhle hier? Ähm, wir müssen da jetzt direkt hin. Es müsste aber doch gleich hier vorne sein. Ey, wenn ich mir jetzt den Tresor holen könnte auf 300% Beuteboost. Das wäre schon richtig nice. Aber dann muss ich jetzt echt, ähm, mich nicht auffallen lassen. Weiter, weiter, weiter. Aber dieses ganze Loot hier, ich kann es nicht stehen lassen. All die Chemikalien, so nice. Okay, wir sind da. Okay, wir sind im abgehegelten Bereich. Ja, komm. Der andere muss ja hier irgendwo sein. Da. Habe ich irgendwas, was hier hinlegen kann? Eine Falle? Nein. Egal, weiter, rein, 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 rein. Tresor. Alles meins? Geil. Ey, das ist ja krass. Ich gehe hier gleich wieder raus. Ich nehme alles mit und dann gehe ich. Den Verband lassen wir noch da. Ey, das lasse ich mir nicht nehmen. Ciao. Haha. Kürzeste Runde aller Zeiten, glaube ich. Panzerplatte habe ich reingemacht, aber schlepp zwei wieder. Vier. Vier mit raus. Krass. Okay, das hat sich mir gelohnt. Vier Panzerplatten, vier Mörser bekommen. 90 Glas. Ach, also, da wäre natürlich noch mehr drin gewesen, aber egal. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.